Willkommen in Gotha in der Staatlichen Regelschule Konrad-Eckhof. Mein Name ist Manuela Heimlich, ich bin hier die Schulleiterin. 340 Schüler lernen an unserer Schule. Unser Ziel ist es, dass alle die Ausbildungsreife erreichen. Dazu haben wir das Motto, Schule ist mehr als Unterricht. 20 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten im Team. Ich lade Sie ein, kommen Sie herein und schauen Sie. Also für uns gilt das Motto oder auch der Leitgedanke, Schule soll mehr als Unterricht sein, weil die Schüler bei uns im Mittelpunkt stehen. Jeder Einzelne. Wir haben ganz, ganz viele Schüler in dieser Stadtteilschule, die schwierige Verhältnisse haben. Die holen wir genau da ab, wo sie sind und versuchen sie bestmöglich in eine Ausbildung zu lassen. Dass wir diese Freiarbeitsphase haben, nach dem ersten Unterrichtsblock, wo die Schüler sich wirklich frei ein Thema wählen können und können sich so einfach auch austesten und verschiedene Methoden sozusagen anwenden, die sie im Unterricht beigebracht bekommen. Also im Rahmen unserer Berufsorientierung machen wir vieles, aber der Höhepunkt im Jahr ist eigentlich dieses Speed-Dating, was im November stattfindet. An dem Firmen eingeladen werden, 20 bis 30, um in Kontakt mit unseren Schülern zu kommen. Dabei sollte das Ziel sein, dass der Schüler das Praktikum und wenn möglich sogar eine Ausbildungsstelle findet. Da wir über das Maß hinaus für unsere Schüler da sind und im Hinblick auf Berufsorientierung machen, nehmen wir regelmäßig an diesem Qualitätssiegel teil, berufsweise freundliche Schule und haben es jetzt auch wieder zum fünften Mal halt. Ich bin Maximilien Fliedner. Ich bin der stellvertretende Schullader hier an der Konrad-Eckhoff-Schule und Lehrer für Englisch und Sozialkunde. Für unsere Schüler ist Schule auch ein Ort, wo man Freunde trifft und das sind nicht nur die Klassenkameraden, sondern irgendwann auch Lehrer. Und es ist so ein Fixpunkt, ein Anlaufpunkt, wo Schüler auch gerne wieder zurückkommen. Die Ausstattung ist natürlich hervorragend. Wir sind seit einigen Jahren digitale Pilotschule und sind für unsere Lehrer und unsere Schüler eine Schule, die auf allen Ebenen Digitalität anbietet. Und unser wirkliches Highlight sind die digitalen Tafeln, die wir haben. Weil es was Neues ist, weil es was anderes ist, weil es Spaß macht und weil es multimedial vieles zusammenbringt. Gut, da ist wirklich eine super Stadt, in der ich seit meiner Geburt lebe. Raumhaft. Wir liegen nicht nur günstig nach Erfurt und nach Eisenach, sondern wir sind auch das Tour zum Thüringer Wald. Ich habe also das Grüne gleich um die Ecke. Ich habe ganz viel Kultur, indem ich nämlich ins Schloss gehe. Schön ist auch das Eckhof-Theater. Dort ansässig ist der Verein Art der Stadt, mit dem wir auch sehr gerne zusammenarbeiten. Kollegen, die hier zu uns kommen an die Schule, um uns sozusagen zu verstärken, erwartet ein freundliches, offenes Kollegium, die immer offen sind für Fragen. Wir helfen, wir unterstützen. Wir bravo, engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Das gesamte Team und die Schülerinnen und Schüler freuen sich auf Sie. Bewerben Sie sich jetzt! Danke! UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG